Schiele Allen war eine britische Schauspielerin. Leben Schiele Allen wurde als Tochter von William Allen und dessen Ehefrau Dorothy Essex geboren. Sie besuchte die Howell School in Denby, CLWYD. Allen absolvierte nach ihrem Schulabschluss von 1949 bis 1951 eine Schauspielausbildung an der Royal Academy of Dramatic Art. Erste Theaterauftritte hatte sie bei Repertoire-Theatern in Jehoville und in Pittloch-Rie. Beim PITT-Loch-Rie-Festival spielte sie 1953 die Lucy in der Komödie The Ivils von Richard Brinzley Sherry Dunn. Von 1954 bis 1956 war sie Mitglied bei der Arena Theater Company in Birmingham. Dort tat sie unter anderem als Katharina in der widerspenstigen Zähmung, als Beatrice in Vier Lärm um nichts und als Alkmäne in Amphitryon 38 von Jean Giraudou auf. 1950-1958 spielte sie bei der Bristol Old Vic Company am Theater Royal in Bristol. Dort tat sie unter anderem als Hippolyta in Ein Sommernachtstraum als MRS, Piers in Pygmalion und als Maffase Lotto Tuchienko in der Komödie Romanov & Juliet von Peter Ustinov auf. 1962 spielte sie am Theater Royal in Stratford East in London die Rolle der Drusilla in dem Theaterstück On Art Lea de You Can Se Canterbury von Charles Colby, wofür sie sehr gute Kritiken erhielt. 1962 verkörperte sie am Old Vic Theater in London die Rolle der Prozierer in der Tragikomödie Der Kaufmann von Venedig. 1962 trat sie auch erstmals bei der Royal Shakespeare Company auf. Sie übernahm die Rolle der Schwiegertochter Kerstin in dem Einakter mit dem Feuerspielen von August Strindberg. Von 1966 bis 1978 war sie festes Mitglied der Royal Shakespeare Company. Allens Shakespeare-Rollen bei der Royal Shakespeare Company waren unter anderem Lady Percy in Heinrich IV., Lady Macduff in Macbeth, Lady Capulet in Romeo und Julia Goneril in König Lear, Helena in Troilus und Cressida, Constanze in König Johann und die Königin in Zimbelein. Weitere Theaterrollen Allens waren Helen Roston in Belchers Look von David Mercer, Polly Carter in Unter dem Milchwald von Dylan Thomas, Lady Macbeth und Erste Hexe in Macbeth, die Titelrolle in Queen Christina von P.A.M. Gems, Paulina in Ein Wintermärchen, Volumnia in Coriolan und La Matriceite de la Petidos in Camino Real von Tennessee Williams. Allen übernahm im Laufe ihrer Karriere sporadisch immer wieder auch Rollen in Kinofilmen. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit als Schauspielerin war jedoch die Theaterbühne. In dem Science-Fiction-Film Die Kinder der Verdammten Einer Fortsetzung des Horrorklassikers Das Dorfe der Verdammten übernahm sie die Rolle der Diana Loren. Sie spielte darin eine Mutter, die ihren Sohn hasst und vorgibt, niemals mit einem monsexuellen Kontakt gehabt zu haben. Weitere Filmrollen Ellens waren Lady Dan Clark in dem Kriminalfilm Die Morde des Herrn ABCMS, Merchant in dem Filmdrama Die Vergessene Insel, Jamies Mutter in Tatsächlich, Liebe und eine Hexe in Harry Potter und der Feuerkelch. Häufig arbeitete ein auch für das Fernsehen. In der britischen Fernsehserie Nummer 6 spielte sie 1967 an der Seite von Patrick M.C. Gohan in der Folge A. und C. Eine Wissenschaftlerin, die verschiedenen Experimenten mentaler Willensbeeinflussung unterzogen wird. Besondere Bekanntheit erreichte Allen im Fernsehen insbesondere durch ihre Rolle als Cassie Manson in der britischen Fernsehserie Bookie of Barbit, Wire und deren Fortsetzungen A.A.B.C. Allen verkörperte darin eine verheiratete Frau aus der britischen Middle-Clise, die sich während eines Sommers auf ein romantisches Liebesabenteuer mit ihrem amerikanischen Schwiegersohn einlässt. Allens Partner waren James, Aubrey und Frank Finlay. In der britischen Fernsehserie Schrautfora Nightingale, einer Literaturverfilmung von P.D. James spielte sie 1985 die Rolle der Hausmutter und Oberschwester Mary Taylor. In der britischen Kriminalserie Agatha Christie's Poirot war sie 1989 in der Folge eine Türfeld ins Schloss in der Rolle des Mordopfers im R.S. Adeline Klapperton zu sehen. Sie übernahm auch Episodenrollen in verschiedenen weiteren Fernsehserien, unter anderem in die vier gerechten ZKs Crown Court, Polizeiarztin Sheffield und Doktors. Allen arbeitete auch als Schauspiellehrerin. Sie unterrichtete unter anderem am Lee-Straßberg-Theater-and-Filminstitute in New York City und an der Guildford School of Acting in Guildford, Syrie, Privates. Allen heiratete 1964 den Theater- und Fernsehregisseur David Jones, unter dessen Regie sie auch mehrfach auftrat. Die Ehe wurde später wiedergeschieden. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Sie hatte eine Schwester Joan, die bereits vor ihr starb. Filmografie 1955 Confession 1959 The Flying Doctor 1960 Die vier Gerechten 1964 Die Kinder der Verdammten 1965 Die Morde des Herrn ABC 1967 Nummer 6 1969 2 durch 3 geht nicht 1970 zu 1973 Z.K.S. 1975 zu 1982 Crown Court 1976 Buki of Barbed Wire 1977 In A.A.Buki 1984 Schrautfora Nightingale 1984 Handlanger des Todes 1988 Die Vergessene Insel 1989 Agatha Christie's Poirot 1991 1991 Casualty 1992 Wie ein Licht in dunkler Nacht 1995 Polizeiherzter in Sheffield 2003 Doktors 2003 Tatsächlich Liebe 2005 Harry Potter und der Feuerkelch